ich habe die ganze zeit ja ja irgendwie eine realisierung was hast du getan oder nicht getan ja die aufnahme ist quasi für den arsch bis jetzt das team läuft die aufnahme läuft auch aber ich in die ganze zeit war nur ich zu hören kein kein so mein auto kennt kein in games und kein kein keine musik keine nur meine stimme ich habe selber gemütet und vergesst mir zu empfehlen ja willkommen zu meinen minecraft stream was wir bisher gemacht haben ja ist auch nicht viel passiert ich baue weiter an der mauer weiter so hier das ist passiert zwischendurch die folgen welche jetzt wahrscheinlich weggeschmissen haben einfach weil die passiert sind in der folge einfach nach ja mauerbau hat einfach ist nicht schaden drum die folgen und jetzt einfach alles nach aber jetzt ist jetzt ist ja das jetzt müsste es drauf sein dann einfach passiert so Da seht ihr jetzt was passiert ist, nicht viel. Da kann ich noch mal Modis, eine Profs Farm zeigen. Bin ich gerade. Mir ist gerade ein bisschen langweilig, deshalb bringe ich Zombies um. Viel Spaß, momentan spawnt halt nicht so viel, irgendwie. Wir haben halt auch keinen im Stream, der zuschaut, der es jetzt mal gesagt hätte. Ja, ja, das erinnert mich auch daran, als ich, äh, was, was ich glaube damals das, in Anführungszeichen, neue Call of Cthulhu gestreamt habe. Ich durfte drei Stunden nach synchronisieren. Wenn man mal einen aktiven Streamchat hätte, dann würde der es irgendwann mal sagen. Ich hatte einmal einen Stream, der gefragt hat, Hölk, ist das ohne Stream ab? Oh, da kommt ja was. Ja, ein bisschen. Ich zeig mal hier, weil was noch nicht, weil was noch nicht hatten in der Aufnahme. Also hier sind schon ein paar Sachen an Viechern gespawnt hier. Guck mal, der Prof war ein bisschen langweilig. Der ist ein bisschen ausgerastet, der hat das hier gebaut. Auf Screen. Ja. Und das ist der Modi. Der tötet Profs. Farmtiere. Oh, verzauberte Bogen. Was? Verzauberte Bogen? Gekriegt? Nee, der ist in der Truhe, in der Truhe. Hier, verzauberter Boden. Stärke V, Unendlichkeit, Schnapper 1. In welcher? In dieser hier. Hier, direkt neben der Farm. Hier. Warum auch immer den Prof dort gelassen hat. Nimm ihn mal mit. Ich glaube, der war vorhin, oder? Wenn du nicht brauchst, packen wir immer auf die Mauer drauf. Da können wir unsere Waffen lagern, die wir nicht brauchen. Vor allem Fernschusswaffen sind da ganz gut aufgehoben. Ich sehe, der Button funktioniert auch für euch gut. Ich wollte es mal ausprobieren, ja. Die Musik ist hier gerade spannend. Ich würde sagen, ich verzauber mal ein bisschen Bücher. Ich habe ein paar Level. Bücher, Bücher, Bücher. Aber wobei, ich gehe mal auf, keine Ahnung, 40 Level oder so. Viel Erfolg dabei. Ich entferne mich von der Farm, vielleicht läuft sie dann besser. Werden wir sehen. Die funktioniert halt leider scheinbar am besten, wenn niemand da ist. Ach ja, ich habe die Spawnquote für Landwesen umgedreht. Also für normale Tiere. Cool. Okay. In der Theorie sollten also Schafe, Kühe und sonstiges in der freien Wildbahn jetzt öfter spawnen. Das ist mal gut. Und auf der Pferde-Farm wird es rammelvoll. Ja, ja, da rammeln sie alle voll. Ja. Und Prof hat übrigens Schuhe gemacht mit Federvoll 2 und Haltbarkeit 2. Damit bin ich hier von der Mauerfalle. Wenn ich immer sterbe. Oh, und wir haben einen Follower. Willkommen Sahnetötchen 3, 8, 9, 5 in der Community. Du hast Zuschauer? Ja. Ich habe einen Follower. Garten Follower Alert. Pünktlich, nachdem du den Sound gefixt hast. Ja, der kann mir gerade mal sagen. Der oder die kann mir gerade sagen. Ist jetzt mal Sound. Da bin wieder nur ich zu hören. Müsst eigentlich. Jetzt, nachdem ich mich entmuted habe. Willkommen zum, willkommen zum Minecraft Mauerbau. Minecraft Anor. Wir bauen die Mauer wieder auf. Also ich baue die Mauer wieder auf. Ja, war Sound. Na dann. Prof, was machst du gerade, Modi? Was machst du gerade? Nicht ein Nünftiges. Ich level gerade. Und ich kann mal hier die Mauer. Christian. Ja, Discord. Da kannst du auf ein Discord kommen. Discord Command. Und dann gibt es noch mehrere hübsche Commands. Ah ja. Und das ist hier die schöne Mauer. Die Dorfmauer. Das Dorf. Beschränkt. Dies ist meine Haubezöhle. Das Profs Haus. Und das Modis Dorf. Auf der anderen Seite. Das ist Modi. Ja. Ich brauche Grundfläche. Sehr viel. Alles andere von Modi. So Stein. Ich nehme mal so 17 Steine. Dann gehe ich wieder bauen. Und dann... So bin ich immer in Bewegung. Und was läuft bei dir so? Sahnetötchen. Hübscher Name übrigens. Selbstscher Name. Ach, hier ist der Enderman. Wo hat er die Erde rausgenommen? Ich bin gerade noch im Spectator unten in der Farm. Also hier ist nichts weg. Hier scheint kein... Oh doch, hier ist ein Loch. Was dachte ich mir? Habs gefunden. Was dachte ich mir? Weil hier fehlt nichts. Ich würde es im Boden sehen. Oberste Layer ganz am Rand. Ich finde es gut, dass wir jetzt irgendwann einfach nur noch einen Haufen Enderman hier haben. Die alles vollstellen. Au. Na dann. Kurz mal was schnabulieren. Äh, ja. Einen neuen Stein holen. Ich muss wahrscheinlich gleich mal neuen Stein abgraben, damit ich hier mal neuen brennen kann. Kultrüstung. Die ganzen Häuser sehen krass aus. Meinst du eine Türchen? Da ist es nach Anleitung gebaut. Ja, spielt doch keine Rolle. Ich habe eine Interpretation mit rein gemacht. Du meinst du hast einen Block anders gesetzt, weil du keinen hattest? Nein, das musst du auch nicht allen vorhalten. Das ist doch jetzt hier nicht. Ich habe doch nichts anderes im Leben. Das ist mir bewusst. Das weiß jede Sau. Aber die Mauer. Aber die Mauer, die habe ich mir selbst ausgedacht. Das ist. Die kommt auf meinen Mist komplett. Ähm. Ja. Spitzhacker. Die irgendwo. Hier ist Musik. Ich muss mir eine Spitzhacker machen. Ich habe keine Steine mehr. Kaufs Haus. Hat übrigens einen hübschen Baum auf dem Dach. Wie kam es eigentlich dazu? Habe ich drauf gepflanzt. Auch eins. Was ich in der ersten Folge gemacht habe. Ja. Bei mir. Ich glaube, der Baum steht auch immer noch auf meinem. Ja. Und da. Das ist auch einer meiner. Das war mein erstes Haus hier. Mein Dötthaus, was später auch Holz gemacht habe. Ja. Da liegt immer noch einiges an meinem Zeug drin. Ein Diamant liegt es da auch noch drin. Ich habe wirklich keine Spitzhacker mehr mehr. Tja. Und mal plötzlich gefragt. Wie kam es zu den 14 Eiern in der Mob Farm? Äh. Ich glaube, die habe ich da hingelegt. Warum? Weil ich für jeden Fall mal einen Tag leert habe, damit ich die scheiß Kiste aussortieren kann vernünftig. Ich habe sie mal rausgenommen und werfe sie jetzt. Ich war's. Okay. Hartz. Guck mal, ob ich eine Kuh damit totkriege. Ich weiß nicht. Machen Eier überhaupt Schaden? Ein bisschen. Achso. Ich muss erst mal stimmen. Das muss reichen. Und meine Eierfarm funktioniert auch. Okay. Die Musikpläne ist. Hat angehalten. Ein Treffer. So. Nö. Ich kriege keine Kuh kaputt. Dein. Aber ich habe dafür zwei Hühner. Da muss ich wohl erst mal. Neues speziell machen. Kann man den ganzen Rest wieder stabilisieren. Na dann. Ganz einfach. Ich setze jetzt grad im Creative Spawner rein. nichts was hier kommen kann. Ist doch in meinen Kisten gewesen? Ja. Aber da war nichts drin. Ich brauche nur den Werkbank. Ich habe doch sogar alles markiert. Du weißt doch was da drin ist. Ja. Aber in der Spitzhackentruhe waren keine Spitzhacken drin. Das ist. Ja. Das sind Werkzeuge. Natürlich nicht. Weil die alle gerade kaputt sind. Ja. Ich bin böse. So. Hier. So. Hier. So. Mal wieder hier updaten. Und. So. 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 Spitzhacken. Okay. Jetzt sind hier einfach. Eins. Zwei. Drei. 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 Eins. In Einen Mobfarben. Also. Das muss ich jetzt wollen. Dieseポkете für noblemenignon bolz'Malle na dann bauen wir mal wieder stein ab machen wir den berg kleiner funktioniert das ding spawnt jetzt dann halt etwas stabiler skelette creeper und zombies ich wollte nur kurz nachgucken ja sagen natürlich nicht auf disco dann gekommen mindestens ein monster pro sekunde fällt runter ihr habt ein creeper der zombie getötet tschüss dorfbewohner wo ist denn hier der namenlose nicht der namenlose der rollenlose ich hatte ein halbes herz als ich hinten bin also bitte und seine tütchen wenn du auf disco eine rolle haben willst dann bescheid sagen menschlich mal kriegst du in der rolle zugeteilt ich habe die alte saale liegen lassen den steinig buchstein wird eigentlich auch mal warps einrichten weil funktionieren tut es ja jetzt sind tatsächlich schon kühlt und bei dir hier beim vom berg ja ja ich hab doch gesagt ich bringe die tür rüber kumulde ja die haben alles was wir brauchen ein paar blöcke gras und sonst sieht sehr dekorativ aus tier scheiniger so ist alles wieder da ist es alles wieder da perfekt art es ist ein weiteres schwert da also vermutlich mal dass der scheiß aufgegangen ist kohle 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 ich könnte aber� einer von den zombies geschnappt hat das ist auch gut möglich so macht das Da nehme ich einfach mal eine gespannte Armbrust. Ich mache mir das Rumpelplagiat. Oh, ein Level. Das wird Spaß machen nachher beim Abbau. Ja. Oh, ich konnte sogar ein Schwert machen, hey. Hast du eine Werkbank hier irgendwo? Äh, nee, ich habe da irgendwie unten nie eine gesetzt. Das ist schlecht. Aber eine Werkbank kriegst du auch ganz schnell hin. Äh, doch. Hier oben hast du eine. Du brauchst nur ein bisschen Holz für. Du brauchst nur ein bisschen Holz für, um eine Werkbank zu erstellen. Das sind absolute Basics hier in Minecraft. Holz? Wo gibt es denn das? Ich weiß nicht. Da müsste man eine Baumfarm haben. Das wäre toll, wenn man eine Baumfarm hätte. Ich weiß nicht, wer hätte denn eine Baumfarm hier in dem Server? Ich weiß es nicht. Also, ich habe eine oben. Mit ganzen vier Bäumen. Ist das Bauen eigentlich noch in der Baumfarm gesetzt, oder hat sich das erledigt? Was? Oh, nee, den habe ich noch gar nicht verschoben. Ja, das frage ich, bevor er anfängt, Bäume abzubauen, ohne dass es geht. Tja. Werden die Kisten da nicht weiter sortiert, oder bleiben die hier unten so voll? Weil ich glaube, die müssen wieder geleert werden hier. Was? Sortierte Kisten? Das gibt es doch nicht. Nee. So, Brot habe ich wieder. Sortieren, äh, sortieren bleiben hier umgekistet, äh, was? Äh, nee. Was? Sortiert und gefestet? Genau. Sortierte bleiben hier umgekistet. Und ich nehme einfach mal das Schwarzpulver raus. So, so, so. Und so, so. So, 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 so. Zack. Und zack. Ja, die Monster-Farm funktioniert deutlich besser jetzt. Das würde mich auch wundern, wenn nicht. So, Steiner-Born. Du kriegst da rein. Sollte die Defizite so halb wieder ausgleichen. Ja, ist das so doof, wenn ein Creeper runterfällt und instant explodiert? Äh, muss Bömer machen. So. Spawn ist jetzt ein bisschen weiter wieder weggesetzt. Ist jetzt nicht so, als würdest du einen großen Unterschied machen, weil der Spawn ist ja wirklich nur dafür da, damit du, wenn du nicht Slash-Home machen willst, sondern halt zum Spawn willst, zum Spawn willst. Ach stimmt, es gibt jetzt Slash-Home. Slash-Home hat nicht mehr. Ja, du kannst insgesamt drei verschiedene Homes anlegen und benennen. Das ist eine gute Idee. Da muss ich mich nicht... Du kannst zum Beispiel jetzt einen Spawn an der Mauer anlegen und einen Spawn an deinem Haus. Oh, wobei da... Du musst den... Kann ich den benennen und... Kann ich den benennen und dann... Und dann noch Slash-Home... Knoblauchbrot. Super, das weiß ich. Okay. Da muss man gleich mal ausprobieren, wie das geht. Ich werde meine Homes mal aufsparen, falls ich irgendwo... Falls der Plan mit dem Reisen durch den Nether mal funktionieren sollte. Kannst ja jederzeit neu belegen, von daher, das ist jetzt nicht das Problem. Bruder, aber wozu? Das ist ein Spaß. Denk an die Magie in deinem Herzen. Eieiei, bei meinen Eltern in Kaff findet heute ein Mini-Festival statt. Jedenfalls das, was sich da bei dem Festival schimpft. Oder auch nicht okay. Heißt du also, die lokale... Kapelle tritt auf oder sowas? Ne, es treten schon normale Bands auf. Also, für eine richtige Bands. Jetzt nichts Bekanntes, aber Bands. Dann stellt sich nur die Frage, was sind... Oder was unter dem Begriff Band läuft und nicht unter dem Begriff Kapelle oder Schulband. Dann stellt sich nur die Frage, was sind normale Bands? Ja. Ja. In meiner Ausbildung hatten wir auch jemanden, der in einer sogenannten Band gespielt hat. Und zwar Trompete. Also... Ja und? Star-Punk ist schon ziemlich geil. Und dann stellt sich auch noch die Frage, ob Kapelle Petra nicht eigentlich auch eine Band ist. Wow. Warum zum Fix sind zwei Lamas hier unten in der Höhle? Heißt zwar Kapelle, aber ich würde schon sagen, dass es eine Band ist. Die Höhle war geschlossen, bis ich reinkam. Vermutlich ist ja irgendwann mal ein Händler gespornet und gestorben. Ja, der Händler ist nämlich nicht mehr da. Ja, das hatten wir auch schon mal. Ihr seid jetzt hier gerade bei mir wahnsinnig langweilig. Aber das muss halt... Stehen in der Boxfrau und drückab und zu recht. Linksklick. War dieses Ding, dieses Festival, war halt mal wirklich ein Festival mit halt 3000 Besuchern. Und dann haben sie halt irgendwann die Location gewechselt, weil sie es nie geschafft haben, richtig grünen Zweig zu kriegen. Bildtechnisch. Und sind deswegen auf dem Hof vom Sohn, vom, äh, auf dem Hof vom Vater vom Veranstalter. Und haben dort das Ganze weitergemacht. Und auf dem Punkt war es halt einfach kein fucking Festival mehr, sondern ein verschissenes Hoffest. Hm. Ja. Stimmungstechnisch war es auch komplett anders. Verständlich. War ziemlich, fand ich schon ziemlich schade, aber was will man machen. Und Gottverdammt sind hier viele einzelne Dirtblöcke überall jetzt verteilt auf der Map. Ja, sammle es auf. Ah, die Enderman waren schon sehr fleißig. Klingt so. Solange sie mir nicht mein Haus abbauen. Vermutlich stammen einige davon von deinem Haus. Ja, wenn es jetzt nicht die Tür ist oder so. Ich glaube, Tür können sie nicht mitnehmen, weil sie zwei Blöcke groß ist. Sie können, was können Envermeid mitnehmen, jetzt will ich es wissen. Äh, meine Kräfte weggehe. Das klingt ziemlich seltsam. Es klingt sächsisch. Es klingt sächsisch. Meine Kräfte. Meine Kräfte. Sächsisch hatte ich doch mal eingestellt. Der Hüter oder Hüter sagt, der Envermeid, der ist richtig übel. Oh, der hat ihm das Ars geklaut. Kann ich ja auch mal wieder einstellen. Minecraft auf Sächsisch, das hatten wir doch schon in Part 3. Der gute alte Part, in dem wir die Spracheinstellung entdeckt haben. Wie war. Hier war es doch Sprache. Switcher, Deutsch. Moving Blocks. Enderman can pick up the following blocks. Kaktus. Waren schwein. Äh, waren sächsisch. Lay, Coastered, Dirt, Flowers. Äh, okay. Pilser, Wurzeln, Gras, Gravel, Melonen. Noch mehr Pilser. Ich finde das scheiße, dass das nicht so... Nylium, Nylium, Pozzer, Fürbete, Roter Sand, Sand, TNT. Sag mal, warum ist denn die Scheiße nicht sortiert? Wo ist... Was ist nicht sortiert? Ist nicht nach Alphabet sortiert. Was? Verge. So. Zurich zum Spiel. Was ist nicht nach Alphabet sortiert? Die Sprachen. Sonst habe ich wieder Minecraft auf Sexisch. So muss das. Ich habe übrigens was in den Big Picture-Shirt geschickt. Okay. Kann ich gerade nicht gucken? Die sind... Die sind schon alphabetisch sortiert. Aber vorher zurückschrift. Aber halt nach ihrer Hauptsprache jeweils. Darum gibt es halt Englisch, Englisch, Shakespeare in Englisch. Aber Sächsisch ist da irgendwie ganz unten. Wahrscheinlich unter komische Dialekte aus Deutschland. Ja, so muss das. Das sind übrigens Süßbären bei mir. Die Ströcher hier. Ja, so heißen die auch. Süßbären. Mit... Mit... Sächsisch wird halt als eigene Sprache definiert, weil es einfach nichts mehr mit dem Deutschen zu tun hat. Nee, heran. Das ist gut. Bayerisch hoffentlich auch. Natürlich. Witzigerweise ist das eine, die aus dem Deutschen eingetragen ist, Schweizerdeutsch. So muss das. Kannst du auch mal gucken, ob du Bayerisch findest. Bist doch der alte Bayer hier. Ich hatte Bayerisch schon drin, aber wozu sollte ich es benutzen? Bist doch hier unser Bayer. Na und? Ist das heaven? Oder ist es eine white woman? White woman's Instagram? White woman. White woman's Instagram. Was weiße Frauen? Ja, Instagram von weißen Frauen. Ach, du meinst, wo sie sich drüber beschweren, dass Dinge rassistisch sind? Er gab da so schön, auf Netflix gibt's da recht schönes Special gerade. Äh, sag dir Bo Burnham was. Ich hab's schon mal, ich hab ihn schon mal gehört, ja. Äh, gibt's das Special Insight von ihm auf Netflix, das ist echt gut. Da, ein komplett von ihm gemachtes Special. Alles an diesem Special ist von ihm gemacht. Kennst du dieses... Und alles in einem einzigen Raum aufgezeichnet. Oh. Sehr schön. Ich hab die ganze Idee halt geil. Kennst du diesen Clip hier, den... Ich glaub, ich hab den schon öfters auf Discord geschickt. Den mit... Äh... Das ist gut, der N-Wort. Der König. Der König aus Äthiopien oder so weiter, der dann... Aber die Live-Shows... Äh, äh, Bo Burnham hat halt früher, äh, vorher sonst immer Live-Shows gemacht. Dann hatte er Probleme mit Panikattacken und sonstigen und hat sich erstmal zurückgezogen und... War dann erstmal viele Jahre Ruhe und dann hat er Januar 2020 entschlossen. Eigentlich könnte... Hätte ich schon jetzt mal wieder Bock drauf. Ja, aber 2020 war es schon ein bisschen schwierig. Und dann war es schon eine schlichte Entscheidung. 2020 war jetzt ein bisschen... Er hat halt so überlegt, hm, eigentlich hätte ich jetzt schon wieder Bock auf Live-Shows. Schwierig. Dann hat er geguckt, wie es geht und dann fing die Scheiße an. Sprich, er hat kein Geld dafür jetzt irgendwo reingesteckt, dass er irgendwo eine Location gemietet hat oder so. Hau drauf! Was ist mit dir? Wirst du was auf Englisch sagen? und das war es auch schon mit deinem englisch ich weiß nicht was er sagen wo du bist die Musik sehr groovy so machen wir das mal jetzt zu Ende das klang nach Waluigi wie viel Zeug haben wir? oh fuck es ist schon wieder so viel Prof mutiert zu Waluigi irgendwas klingt immer wie Waluigi oder Waluigi klingt wie irgendwas er klingt wie alles und auch nichts wie Hühnchen, Hühnchen schmeckt nach alles alles schmeckt nach Hühnchen außer Hühnchen das schmeckt nach alles ne Hühnchen schmeckt nach Tofu das war der Joke bei Reim aber Tofu schmeckt ja auch nach alles ne Tofu schmeckt nach nix aber Hühnchen schmeckt nach was doch und es schmeckt nicht gut aber Hühnchen schmeckt nach was normaler Tofu hat keinen Grundgeschmack und normaler schlechter und normaler schlechter und normaler schlechter Tofu das ist nicht mein Problem wenn du den Scheiß bei Aldi kaufst ich kaufe die tatsächlich bei Aldi das ist nicht gut äh das ist nicht mehr